in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr trotz grabstein in den dunkel äther könnt oder die akt 4 mission schlechtes signal abschließen könnt vor dem patch war das ganze ja so dass ihr euch umbringen musstet und wenn ihr auf dem boden liegt musstet ihr aufgeben und euer kumpel muss euch wieder hoch holen das ganze klappt leider nicht mehr aber es gibt eine andere variante wie ihr wenigstens euer geld speichern können und für alle die nicht wissen wie der grabsteinglitch funktioniert das blende ich jetzt einmal ein für alle anderen die es schon kennen können diesen teil überspringen kommen wir nun zum grabsteinglitch und anschließend auch zum lager erweitern als erstes tut alle sachen die in euren grabstein haben wollt in euren rucksack ich habe jetzt nicht so viel drin weil ich im game noch sachen bekommen da ich jetzt gerade keinen großen rucksack habe und falls ihr die grabsteindose schon herstellen könnt dann würde ich euch empfehlen die einfach mitzunehmen weil das spart euch auch ein wenig zeit und falls ihr den nicht haben sollte dann könnt ihr euch einfach in game das grabstein perk kaufen und was ich euch auch noch empfehlen kann kauft euch noch einen zusätzlichen großen rucksack damit in der neuen runde dann den grabstein direkt komplett leer machen könnt ihr könnt euch natürlich auch geld droppen lassen und das mit eurem grabstein tun damit ihr auch jedes mal max money habt wenn ihr dann euren grabstein habt und alle sachen die ihr haben wollt dann könnt ihr einfach auf trupp verlassen gehen wenn ihr solo spielt dann könnt ihr diesen schritt überspringen dann seid ihr schon solo und müsst keinen trupp verlassen und als nächstes müsst ihr euch umbringen wichtig dabei ist leute ihr dürft keine selbstwiederbelebung haben also wenn ihr eine ausgerüstet habt dann schmeißt sie weg und danach müsst ihr euch umbringen sobald ihr tot seid müsst ihr einmal komplett ausbluten könnt auch auf aufgeben drücken und jetzt kommt dieser timer für den hilferuf hier müsst ihr einfach nur komplett warten bis der timer abgelaufen ist und wenn der timer dann abgelaufen ist dann steht da trupp eliminiert hier kommt der missionsfortschritt hier könnt ihr einmal auf überspringen klicken und jetzt müsst ihr warten bis die ganze ep hier zu ende geladen hat und am ende steht dann da oben spiel verlassen oben rechts da klickt ihr drauf und dann habt ihr euren grabstein gesetzt wenn ihr danach dann in eine neue runde reingeht dann seht ihr auf der karte dass euer grabstein da ist dann geht zu eurem grabstein und jetzt macht den komplett leer und an dieser stelle könnt ihr einfach jetzt alt f4 machen oder einfach die anwendung schließen also dashboarden und in der nächsten runde habt ihr euren grabstein wieder jedoch verliert ihr dann die ausrüstung vom operator sowie den großen rucksack und dreierplattenwesten als exfilz nimmt ihr wieder die story exfilz sowie beim glitch vorher ich persönlich nehme immer das portal von der akt 4 mission und falls in der story nicht so weit seid ihr könnt einfach auf mission bar bei akt 4 drauf gehen und die mission aktivieren das timing zum dashboarden bei den konsolenspielern ist sobald die animation der teleportation beginnt so wie jetzt hier und für die ganzen pc spieler sobald euer bildschirm schwarz wird so wie jetzt wenn ihr das spiel dann erneut startet seht ihr habt die ganzen sachen im rucksack und ich kann hier jetzt einfach auf lagern drücken und er lagert die ganzen sachen in mein lager habt ihr das problem dass ihr nichts mehr ins lager tun könnt und die meldung kommt dass sie die sachen nur zerstören könnt ihr könnt die items auch nicht gegen hergestellte sachen eintauschen oder gegen andere sachen im lager wollt aber wieder eine erhöhte lager kapazität von 240 items dann schaut euch das jetzt genau an denn ihr müsst erst mal verstehen wie dieses lager funktioniert denn das lager hat normalerweise eine größe von 10 items und jedes mal wenn ihr dort etwas rein tut was ihr hergestellt habt oder aus normalen exfiltrationen mit aus dem spiel genommen habt dann zählen diese offiziell als belegte plätze in eurem lager zum beispiel ihr geht in ein spiel und farm ein bisschen und habt jetzt drei items mit rausgenommen ihr exfiltriert ganz normal bei der ganz normalen exfiltration packt diese drei sachen ins lager dann hättet ihr drei von zehn slots belegt das gilt auch für die items die ihr mit dem normalen exfilt rausnimmt trotz grabsteinglitch also wenn ihr zum beispiel auf die 100 kills tarnung geht mit evakuierung und dashboard sobald evakuierung geglückt steht dann dürft ihr diese items auch nicht ins lager tun ich habe jetzt eine runde hier gespielt und sachen gefahren und werde das jetzt mit diesem normalen exfilt rausnehmen und ins lager packen damit ihr auch genau versteht was ich meine also ich gehe in den normalen exfilt wenn da steht evakuierung geglückt werde ich ganz schnell dashboarden und ich habe jetzt auch extra items mit rausgenommen die sofort im lager erkennbar sind damit ich euch das ganze auch verständlicher erklären kann ich werde diese sachen jetzt in mein lager packen und ihr werdet sehen nach ein paar stück werde ich nichts mehr reintun können das heißt mein lager ist gerade 10 von 10 lot spiel das liegt einfach daran dass ich der items reingetan habe die ich nicht mit dem story exfilt rausgenommen hat mit dem grabsteinglitch und um das ganze jetzt zu fixen damit ihr wieder sachen in euer lager tun könnt müsst ihr erst mal diese items in eurem lager finden und zerstören ich zeige euch das ganze mal ich gehe mein lager und suche jetzt die items raus die ich gerade reingetan habe die ich auf normalem weg exfiltriert habe beziehungsweise in mein lager getan habe das waren wie gesagt bei mir nur so sachen die leicht erkennbar sind sowie ein perk auf einmal zwischen den ganzen goldenen sachen oder munitions mods falls sie schon viele items im lager habt dann kann es schwer sein diese sachen raus zu filtern weil man vielleicht nicht weiß welche sachen man nicht durch den glitsch da reingepackt hat und dann ist das schon richtig schwierig diese sachen zu finden aber wenn ihr noch mal einmal komplett das fixen wollt und euer lager wieder auf 240 items füllen wollt dann geht in euer lager rein zerstört nach und nach paar items und schaut immer wieder nach ob ihr die sachen einfach so einlagern könnt ohne die einzutauschen und sobald ihr die sachen dann so einfach wieder rein legen könnt danach dürft ihr dann nichts mehr in euren lager tun was sie durch eine normale exfiltration mit rausgenommen habt oder was ihr hergestellt hat und rein getan hat jetzt geht es weiter mit dem dunkel etha und zwar könnt ihr nur noch das abspeichern wenn ihr in den dunkel etha geht was ihr aktuell dabei habt also nicht das was ihr vorher drin hatte sondern was ihr zum ende hin noch in eurem rucksack habt das sind jetzt die sachen die ich mein rucksack habe ich zeige euch das ganze ich habe eben noch einen normalen siegel gefahren ich hatte keinen ältesten siegel mehr aber im prinzip ist das ja beides dasselbe das könnt ihr hier mit beiden siegel machen und sogar mit dem aktiviert portal schlechtes signal falls ihr die mission noch machen müsst ihr geht einfach ins dunkel etha rein dann macht ihr die mission und farm die sachen die ihr haben wollt natürlich wenn ihr den ältesten siegel nimmt dann kriegt ihr auch baupläne und diese baupläne könnt ihr auch mit rausnehmen ich bin jetzt wie gesagt nur in den normalen siegel reingegangen weil ich kein ältesten siegel hatte aber ist ja nicht schlimm ihr nehmt halt die sachen und wie gesagt leute es wird nur das abgespeichert was sie aktuell drin hat also es wird jetzt nur das geld gespeichert was ich hier in meinen grabstein habe und die items die ich aktuell in meinen rucksack habe das wichtigste dabei ist dass ihr noch genug geld habt denn euren grabstein könnt ihr ja jederzeit ändern und neu ausrüsten hauptsache ihr habt maximal geld wenn ihr dann im dunkel etha gefarmt hat dann müsst ihr im prinzip einfach nur den grabstein glitsch wiederholen ihr bringt euch um aufgeben dann kommt dieses bildschirm mit eliminiert hier müsst ihr einfach nur die ganze ep anzeige abwarten bis oben rechts spiel verlassen steht und dann drückt ihr drauf dann werdet ihr sehen dass euer großer rucksack fehlt und diese ganze equipment von eurem operator aber das ist nicht schlimm denn ihr habt jetzt einen neuen grabstein denn wenn ihr ins spiel geht dann werdet ihr sehen dass euer grabstein jetzt hier am friedhof ist und ihr werdet sehen dass da wirklich nur die sachen sind die aktuell im rucksack hatte zum zeitpunkt eures todes diese methode eignet sich halt dafür falls sie jemanden helfen wollt der noch im dunkel etha rein muss irgendwelche baupläne fahren muss oder falls sie allgemein selber im dunkel etha farmen wollt ihr verliert zwar die items in eurem rucksack aber ihr habt noch genügend geld um einen neuen grabstein später auszurüsten mit den items die haben wollt außerdem gibt es noch leute die probleme haben mit der akt 4 mission schlechtes signal und dort könnte man diesen personen auch helfen aber falls ihr meint ihr habt noch nicht genügend items und wollt diese items nicht verlieren oder nicht riskieren dann würde ich euch empfehlen dass ihr die vorher erst mal dupliziert und euer lager füllt und danach habt ihr eh genug drin und könnt dann so in dunkel etha reingehen aus langeweile oder falls jemanden helfen wollt spielt ja keine rolle hauptsache ihr habt jetzt eine methode wo ihr zumindest euer geld behalten könnt das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir in die kommentare und falls noch kein abo bei mehr das kannst du jetzt ein kostenloses abo dalassen und die glocke aktivieren damit du in zukunft nichts mehr verpasst und immer auf den neuesten stand bleibst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao